Wir haben viel Abkommen verstirbt. Halt still, das haben wir gleich. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Keine Sorge, ich helfe dir. Achtung, Drenksatz haben viel Cäsar platziert. Sanitäter, ich krepier hier noch. Ich bin getroffen. Hilfe! Blut, helft mir! Verdammt noch mal! Ringsatz an Zielwerter platziert. Granate ist unterwegs! Hier, erste Hilfe! Unter Arbeit! Die Werfer zerstört! Das ist gefährlich! Vorsicht, da ist Gefahr! Ich fliege dich wieder zusammen! Wir haben einen Sprengsatz geborgen. Dankeschön! Zurück ins Kampfgebiet! Das wird dir helfen, Soldat! Wir haben einen Sprengsatz an Ziel Cäsar angebracht. Aufpassen! Wir haben einen Sprengsatz an Ziel Dora platziert. Er ist Hilfe! Für dich! Wir haben einen Sprengsatz an Ziel Dora platziert! Wir haben Ziel Cäsar zerstört! Du wirst nicht aus wie neu! Der Sprengsatz ist noch übrig! Die zerstört ist! Wir haben einen Sprengsatz an Ziel Dora gesetzt! Ich bin in den Sprengsatz an Ziel Dora gesetzt! Wir haben ein Sprengsatz an Ziel Dora gesetzt! Eine unserer Leute hat einen Sprengsatz besorgt! Woh! Gefahr! Da drüben! Untertitelung des ZDF, 2020 Bringt ab, Zermatt, Beutalung! Wir halten sie auf! Nicht nachher! Unsere Fallschirmjäger haben sämtliche feindlichen Geschütze vernichtet. Die Luftunterstützung kann jetzt ungestört erfolgen. Wir haben heute bewiesen, dass ein präzise geplanter Angriff nicht nur eine effektive Strategie ist, sondern eine überlegene. Rotterdam wird fallen! Wir haben gestern einen spektakulären Erfolg errungen. Wir haben die Regeln der Kriegskunst neu geschrieben. Das werden wir heute wieder tun. Unsere Truppen werden die Stadtmitte erstürmen und sie Block für Block sichern. Die Holländer werden einen hohen Preis für ihren Betrug bezahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Verdammt, die Maschinen in either sick position. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Das war's für heute. Okay. Manitäter, ich sterbe! Manitäter, ich schraue die Schrauben! Manitäter, ich schraube 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 die Schrauben! Augen auf! Da drüben ist Gefahr! Ich schraube die Schrauben! Sanitäter! Ich lass mich dran achten! Sanitäter! Halt still! Sanitäter! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird dir helfen, Soldat! Erste Hilfe, hier! Ich versuche mit einer Granate! Ich brauche mehr Munition! Ich bin bei dir, ja? Ich bin für dich da! Ich fliege dich wieder zusammen! Danke, Soldat! Ich bin für dich da! Ganz ruhig, das wird schon wieder! Gut gemacht, Soldat! Gut, dass es Ärztes gibt! Ich bin für dich da! 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 da, er ist Hilfe für dich! Willkommen zurück, Soldat. Ja, wir haben kaum noch Leute. Das geht nicht gut. Sanitäter! Ich krepier hier noch! Sanitäter! Ich sterbe! Ich brauche Hilfe! Hier, erhebe Hilfe! Hier, erhebe Hilfe! Hier! Hier geht's! Aber geht's! Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nicht hab's erwischt. Mauche Sanitäter. Dass wir Rotterdam nicht sichern konnten, ist eine Schande. Derzeit wird ein großer Bombenangriff vorbereitet und den Alliierten wurde ein Ultimatum gestellt. Kapitulation oder Vernichtung? Diese Schlacht endet hier. Kapitulation oder Vernichtung? 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 Kapitulation? Kapitulation und Vernichtung? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es ist immer schön, nicht zu sehen! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! 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 Achtung! Der Feind hat einen Sprengsatz an Zielhandlung passiert! Vorsicht! Da ist Gefahr! Wärme! 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 Ganz ruhig, das wird schon wieder! Der Feind hat einen Sprengsatz an Zielwärter platziert! Aufpassen! Sprengsatz an Zielwärter platziert! Aufpassen! Da ist Gefahr! Achtung, der Pfeißer hat einen übergängsatz anzieht Felser abanziert. Übergängsatz anzieht Felser in Tram. Alles klar, übergängsatz anzieht Felser in Tram. Erste Hilfe, hier! Der Feind hat zu jedem einen Sprengsatz anzieht Felser platziert. Der Feind hat zu jedem einen Sprengsatz anzieht Felser in Tram. Aufpassen! Ziel Bertha wurde zerstört! Stoffer ist spared. Versteh das! Versteh das! Versteh das! Versteh das! Versteh das! Ich bin erledigt. Hilft mir! Ich bin erledigt. 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 Ich brauche Sanitäter. Gehen wir, Soldaten! Ich bin erledigt. Helft mir! Ich bin erledigt. Helft mir! Ich halte nicht mehr lange durch! Ich habe eine Granache! Ich habe eine Granache! Ich habe eine Granache! Ich habe eine Granache! Das sieht nicht mehr aus! Nichts habt's erwischt! Brauche Sanitäter! Geht ab! Wir müssen das Ziel angreifen! Ich geh vor! Ich versorg deine Wunden! Aufpassen! Da ist Gefahr! Geht ab! 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 Unsere Unfähigkeit, Rotterdam zu sichern, ist peinlich. Aber unsere heutige Niederlage ändert nur wenig. Die Luftwaffe hat der Erfolg, wo wir gescheitert sind. Unter der Drohung weiterer Bombardements hat die niederländische Regierung kapituliert. Holland gehört uns! Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Ein deutscher Verband hat die Adennen überschritten und kommt jetzt auf uns zu. Er wird in Kürze in Artillerie-Reichweite sein. Fallschirmjäger werden versuchen, unsere Kanonen vor ihrem Hauptvorstoß zu zerstören. Unsere Geschütze müssen unbedingt einsatzfähig bleiben. Viel Glück! Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Feindliche Flugzeuge mit Verstärkung nähern sich! Achtung! Soldat! Soldat! Da ist in der Luft. Placiere Dynamik. Zur Strecke gebracht! Aufpassen! Da ist Gefahr! Der Feind hat einen Sprengsatz an die Ziele Anforderung gebracht. Ich sterbe! Ich bin erledigt. Helft mir! Ziel Anton ist Geschichte. Start! Ein Kinderspiel, oder? Verteidig! Was geht, Soldat? Bringt die Hufe! L Findenacht! Die Halt ist erfolgreich! L kam für den Feuer, positive Helft! W29 Oh, ein Kinderspiel! Lass ihn gegen uns h Morrison tun! Du darfst das Händchen nicht, wenn wir uns besser gehen können! Granate! Alarm! Reinsatz an Sie Cäsars aus hier! Deponiere Sprengladungen! Du darfst es nicht! Ich komme hier nicht weg! Wenn die Feuer aufholt! Alles für alle! Sanitäter! Ich sterbe! Keine Dorge! Ich helfe dir! Ruf mich für dich da! Diese Mistkerle haben Ziel Cäsar zerstört! Wer fliegen? Nein, danke! Sie sindbreitig! Sie sind in der anderen Seite! Sie sind in der anderen Seite! Jetzt fällt mir nichts mehr auf! Das ist es nicht wichtig! Wer das ist nicht? Granate! Der Feind hat Ziel Nora zerstört. Es ist nur noch ein Ziel übrig. Verteidigt es um jeden Preis! Ganz da! Dort müsst ihr vorsichtig sein! Ich öffne Granate! Sprengladungen bereit! Schubangriff! Rutsch! Ich mach die Springer, du bist hart! Rutsch! Schubangriff! Woher komm bist du wieder fickt? Ah! Ich hole dich hier! Ich geh halt nicht nach Hause! Halt! 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 Lass sie nicht noch weiter vorrücken. Lass sie nicht mehr. Ich lege dich wieder zusammen. Ich lege dich wieder zusammen. Ich habe eine Banke für Sie! Ich lege dich wieder zusammen. 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 Habt Selbstvertrauen und setzt euch durch. Ich lege dich wieder zusammen. 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 Sanitäter! Auffassen! Da ist Gefahr! Der Nassist unterwegs! Der Feinfühlsig-Ziel Anton holt! Ich habe eine Worte für Sie! Granate geworfen! Kann mir jemand helfen? Wurde! 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 Scheiße! Hest du mir! Die Merkau ist in Feindesand! Wurde! Wurde! Sanitäter! Ich krepier hier noch. Ich hatte nicht mehr lange durch. Ich halte noch. Errobert das. Panzer, da drüben. Panzer, seht ihr ihn? Panzer, aufpassen! Alles klar. Dynamit bereit! Habt ihr das gesehen? Seid vorsichtig! Nicht mit mir! Milch läuft das schnell! Man hat peace auf dem Feuer! Steu her so viel! Da dr кас jaunen! In passes treu! Auf đểreffen! Was macht die Kunst? Ich sterbe! Hilf mir! Zielwärter ist jetzt in unserer Hand. Ich bleibe mit Granate! Ich bleibe mit Granate! Deine Täter! Ich bin getroffen! Rauche! Treffer! Ich kämpfe mit dir! Komm, ich kriege dich wieder hin! Wir verlieren Zielwärter! 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 Ich bin ja da! Willkommen zurück, Soldat! Wir verlieren Zielwärter! 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 Er ist in der Zielwärter! Wir verlieren Zielwärter! Untertitelung des ZDF, 2020 Du musst zurück ins Kampfgebiet. 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 Werfen Granate! Werfen Granate! Wir haben 15% ihrer Soldaten aufgerieben. Jetzt hört ihr mir. Wir haben 15% ihrer Soldaten aufgerieben. Ich bin erledigt. Hilft mir! Gleich geht's dir besser. Wieso kommst du in den Himmel? Wir halten dich in der Zielscheibe! Hilft mir! Wir haben weitergehen! Wir haben Zielwerter verloren, Soldat. Hilft mir! Die Lage ist nicht im Recht! Zieht euch zurück! Dieser Sektor ist verloren! Alles versorgt! Zurück! Rückzug erfolgreich, Soldaten! Bewegt euch, Soldaten! Soldat! Versteigt euch! Das Ganze zehnmal ist! Ich bin für dich da. 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 Ich stehe lange durch! Vorwärts! Verzeih die Kasse! Lanitäter! Ich sterbe! Ich bin erledigt! Ich bin erledigt! Thomas ist kein Arter! Ich bin bei dir, ja? Der Feind hat die Hälfte seiner Soldaten reingebringt! Verteil dich drüber! Da ist einer! Sanitäter! Ich trappier hier noch! Wir haben Ziel, Anton, verloren! Wir haben Ziel, Anton, verloren! Das heißt jetzt alles, aber nicht! Das heißt jetzt alles, aber nicht! Lester! Dort müsst ihr vorsichtig sein! Feuer! 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 Habt ihr das gesehen? Seid vorsichtig! Nein, Alter! Genau da! Gefährlich! Deckung! Ich lasse eine Granate! Ich lasse eine Granate! Ich lasse eine Granate! Ich lasse eine Granate! Was ist das? Ich lasse eine Granate! Nein, Alter! Ich lasse eine Granate! Ich lasse eine Granate! Wir verlieren Ziel, Zäsar, Soldaten! Gut zur Arbeit. Die Handlung eingesetzt. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Ich bin getroffen. Ich brauche einen Täter. Die Reihen des Gegners lichten sich. Weiter so. Ziel Anton ist hiermit verloren. Vielen Dank. Ich bin auf dem Nachbarland. Ich muss das an. Sanitäter. Führerbeschuss. Er bitte unterstützt uns. Gut. Wir haben viele andere überlaufen. Ich bin auf die Beine mit dir, Soldat. Gut. Hat was gut bei mir. Wir haben keine Chance mehr. Nein, darf ich nicht. Nein, darf ich nicht. Ich bin weg. Ich bin weg, das ist weg. Ach so. Komm rein! Bewegt aus, macht Schuss! Ziel Anton ist verloren. Seht euch das an! Gefährlich, oder? Geht euch das an! 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 auf einen raschen Sieg zunichte machen und dafür sorgen, dass Frankreich frei bleibt. Ja, wird erledigt. Bewegt euch, ihr faulen Säcke! Vermittlichten Dank! Ich schnack Sie, Herr Soldat! Nein, mehr muss ich hier unten! Vorwärts, erobert das Ziel dort! Ihr müsst schiebt uns mit dem weinlichen Hauptquart der Verschiebe. Danke! Oh nein, ich mach ihn! Hier ist nur die Schuhe! Ich schau! Ich schau mal sie! Wollt ihr noch mehr? Das ist noch mehr! Wer ist denn da? Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Ich leck dich zusammen, Soldat! Ich hatte nicht mehr lange durch! Ich bin bei dir! Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziele gekostet! Sie waren nicht bereit! Ich brauche Munition! Wir haben so viel, dass sie dort zu zerstören! Ganz ruhig, das wird schon wieder! Soldaten! Alle Ziele müssen zerstört werden! Die Ziele müssen zerstört werden! Das ist gefährlich! Scheiße, Linn! Du bist tot! Alles klar! Dynamit bereit! Wir haben an Ziel Cäsar einen Sprengsatz platziert! Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Halt mich! 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 Wir haben Ziel Cäsar zerstört! So, schon besser! Bewegt euch, Soldaten! Ach, zurück! Zurück! Zurück ins Kampfgebiet, Soldaten! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Das war... Ich bin getroffen! Brauche Sanitäter! Achtung! Sprengsatz am Ziel, Antwort platziert! Sanitäter! Sanitäter! Schnell! Versterben! Sprengladungen sind scharf! Gute Arbeit! Zielwerfer wurde zerstört! Ihr habt das Unmögliche vollbracht. Mit unserer Truppenstärke können wir Frankreich nicht retten. Aber was ihr heute vollbracht habt, hat euren Kameraden die Zeit für die Evakuierung verschafft. Angesichts des Gegners strahlt eure Tapferkeit wie ein Licht der Hoffnung für alle, die in Europa kämpfen müssen. Gute Arbeit! 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 Untertitelung des ZDF, 2020